Darf ich kurz vorstellen an der Manoline Thomas Launert! Unsere geklaute H&M Schaufensterbogen. Ciao! Ciao! Mein Lieblings-Metmitglied ist... Und ich möchte uns an den Kurs abstehen heute, der Knöwels. Ja, es ist wahr. Das ist wunderschön. Dankeschön. Ja, ich werde heute 22 und das nächste Lied ist, ja, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr jetzt mal lautstark mitsingen. So wie eben bei Stefanie Heinz. Und das war ja wohl der Hammer, oder? Ich kann Ihnen versprechen, Ray freut sich auch schon tierisch hier zu spielen. Der hat richtig Lust und, äh, das nächste Lied hat Slate von uns gecovert. 1968. Da warst du schon 30? Okay, okay, hier ist Far Far Away! Da warst du schon 31. I see you in the unterrachen, so sicherlich. Ich habe mir überverse hands aber tun. Ich sehe, sehr, sehr, sehr liebe. Ich sehe, sehr, 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 sehr viel. Ich sehe, sehr, 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 sehr. Ich sehe, sehr, 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 sehr hilfreich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.